Hey guys, was geht? Herzlich willkommen zum ersten Twitch-Highlights auf diesem Kanal. Falls ihr sowas gerne öfter sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, Kommentare für Verbesserungsvorschläge schreiben und auch gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, dass ihr sie auch nicht verpasst. Falls ihr das Ganze auch auf Twitch live sehen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv.de vorbeischauen und bald geht's noch weiter mit Coding-Tutorials und was es mit Twitch zu tun hat, werdet ihr auch bald erfahren. Dankeschön und viel Spaß mit dem Video. Hab ich eigentlich das Zwickzack? Hab ich dich gekehlt? Nein, nein. Ja, du hast mir gespielt. Ja, Digga, wie schnell das immer geht. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich bin im Fernsehen. Was ist aneimen? Was ist aimen? Achso, aneimen. Sorry, ich bin aus 19, keine Ahnung, 60 oder so, dann gibt es keine eigenen deutschen Börser. Happy Meal, du kannst es sehr gut singen. Danke, danke. Die Junge, jetzt hör auf. Oh, es geht mir. Recollect, wirst du eigentlich theoretisch dabei, für ein Escape from Voice Lines einzusprechen? Ja. Bastian, du wirst hier unten vergabeln mit Kier und hier. Ja, ja, ja. Wir sind in Russland, im Teamsteam Russland. Und ich werde dich mit Wut hier sowas von voll laufen lassen. Ja, ja, ja. Für welches Team bist du? Natürlich für Team 2. Weini. Weil Basti gönn es nicht. Dem Horn. Ja, ja, ja. The last question to ask. ...during a White House Tour. Wer zum F***ing F***es Kack will. Jungs, kennt ihr bitte auch beim politischen Stuff zu usen. Jetzt nehm ich einfach das Ding in den Mund und lutsch es. No sexual. Ist eh out of Conestron. Ne, obwohl kann nicht geklebt werden. Wenn ihr was sehen wollt, dann müsst ihr Geld Geld bezahlen. Jetzt nehm ich aber das Ding in den Mund und lutsch es. So, wir haben noch einen neuen Platz frei meine Damen und Herren. Das war's dann mal wieder komplett. Und ja, bei Bankos Vater, bei äh... Hab ich ja... Wieso? Junge, ich hab grad eben... Was? Was? Ah, Nico, was ist das? Wigo? Mh? Nix. Möchtest du auch an deine Twitter-Done sagt? Gefickt on stream! Ich hab mh gesagt. Mh. 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 Mh.